war auf mich ruhig ach du scheiße ist das ding träge war schon immer so aber ja er kommt auch nicht mehr marsch hoch mir hat man jemand empfohlen schon vor jahren dass man die dinge rückwärts am besten hoch bekommt das sind also das hingehen wenn ich das wüsste was rückwärts am besten hoch die die scouts das ganze zeug dass man rückwärts werden da gehen die am besten aber vorsicht das wird dunkel das ist dann nicht mehr so gut aber wenn du willst was stimmt ja bestimmt so ein bisschen wie mit den drohen da kann man auch finde ich wenn man rückwärts fliegt irgendwie besser einfach in die höhe kommen das war bei der rk 1000 war das sogar bei der 500 auch scheiße es geht nicht um sich der baum ich denke wenn ich da versuchst hochzukommen die nicht so träge das ist das ist ein bodengleiter so mir taucht das doch nichts mehr die müssen dieses fahrzeug muss umgemodelt werden das kann doch nicht sein irgendwas mache ich falsch du weißt dammt scheiße scheiße ich weiß es nicht hier lang folgen sie mir kriegen einmal nie hoch erinnert mich jetzt ein bisschen an den flug von otto lilienthal der auch immer nur 100 meter geflogen ist 20 bis 30 meter über der erde zieh doch mal an jetzt hier das junge das taucht nichts es ist nicht wahrscheinlich an mir hätte denkt wieder oder kumpel hat sie auch nicht gepackt das ist einfach zum wahrscheinlich nur was ist zu schwach motorisierten jetzt habe ich mich verfranst jetzt nochmal die knolle der pfanne ich bin schon etwas höher jetzt ja da muss ein bisschen gta style machen und früher immer nur hoch und immer ich ja hast ein ja gta 3 da gab es auch diese diese flugzeuge ohne flügel und dodos man muss es ja dann immer speziell immer so hoch und der bis zu den abheben konntest okay praktisch beim sinkflug schwung holen und noch weiter in die luft zu kommen richtig so ich trinke ich kann mal heimlich knollensäftchen wenn du jetzt darum fließt wird die wolken reicht das noch nicht absturz und noch nicht so was hier für baumforscher baumforscher weil ich ja dann zum baumkuschler vielleicht dekadiert oder so zum elfen liebhaber das ding ist nicht zum fliegen geeignet du bist schwer beim arsch landen landen sie landen ich sehe nix ich sehe nix ich sehe nix jetzt kannst abstellen ach du scheiße der ist hin der ist hin und dann die bombe scheiße steig ab steig ab ich bin doch schon raus so dort immer noch stand ich dachte du sitzt da noch drinnen wir haben einen fallschirm liege gemacht so was haben wir die vor die advanced scout von ziel oder dieser und also gut den mache ich jetzt dass die mensch rein die leute meine armen konsumenten ihr seht es ist teilweise ein echt krasses ding diesen fahrzeugen hier und der sieht noch scheußlich aus wie andere du siehst den unterschied kommen sie mal er wird noch wenige sein arsch hochbekommen und das schlimme ist du musst jetzt abheben was ich habe munition an bord ich komme in den granaten oder bomben ich hänge fest ich hänge fest ich echt zu schwer ich hänge fest ich gebe folge also es passiert nichts jetzt so jetzt können wir gas ich kann nicht mehr und hoch hoch gucken hoch gucken steigen steigen es will nicht steigt nicht war sogar noch ein zonenwechsel gemacht kaputt nicht aber war dran fahr mal wieder zurück das ist ja ein absoluter schick ding von mir ist ganz nicht vorhin jetzt bitte wir sind am arsch die pansung ist runter auf 30 prozent ich fahr mal hier auf dem fußweg weiter mehr oder wenige kacke okay raus hier das ist das ist ja gar nichts oder das ist ja der unterboden schon durch das ding hat einen unterboden ja der ist schon weggerissen reparieren so nächste knolle was haben wir hier das soll leider richtig nicht gerade auch schon das war der advanced das ist jetzt der standard so ist es ist es das muss mir nur so vor dass es manchmal gar nicht spawnt das beleidigt team sich jetzt so jetzt genau dasselbe ding nee 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 das spare ich mir jetzt nehmt mir nicht rum meine konsumenten ich verschenke euch dieses ding damit kann ich nichts anfangen das ist so nächstes wo ich's gehaut so zu tun haben ja warte mal hier nimm ich kannst du alles haben hier ich schenk dir das ist scheiß das ist scheiß so welchen wollten wir jetzt ich weiß nicht irgendwo werdet ihr spawnen sollen hier steht er oder wo ist laut da ist er direkt wieder am ding geparkt knallt auch noch rein klasse ich geh schon mal in deckung hier Ach du Scheiße. Wer hat die Dinger nochmal entworfen? Next? Ja. Deswegen hat es mit der Mondmission, wollte ich gerade sagen, nicht mehr so hingehauen. Ja. Den hast du mir den Key nicht gegeben. Ehrlich? Oh. Moment. Ich dachte, ich hätte den gegeben, ich habe doch drei Stück hingeworfen. Das war jetzt Advanced Doyscout, The Sold Clider und Speedbike. Hä? Ich habe doch drei Schlüssel hingeschmissen. Ach doch da! Ah. Böses Inventory. Ja, das Inventory ist auch manchmal böse. Das ist nichts für ein Tank, wir sind doch nie so helle. Ich weiß. PE hat es auch nicht ganz so clever drauf. Ich muss unglaublich aufgreifen. Das ist aber schon ein extremer Unterschied. Rupf! Rupf! Boah! Wir sind voll kurz gegen den Bam geknallt. Boah shit. Scheiße. Ich rette so schnell wie es geht in der Erde. Das ist ja... Ja, der ist ein bisschen schneller. Ja, ich merke es auch nicht mit. Da komm ich nicht mit. Ach du Scheiße. Der macht Laune, der ist gut. Ehrlich? Alle anderen sind Mist. Hebt der ab? Der hebt ab. Ich bin hier schon voll am fliegen. Geil. Äh. 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 Nicht, dass du mal falsch parkst. Oder so. Ach, da kommst du ja schon wieder. Ui. Äh. Also den Doyscout kann man empfehlen. Der fliegt, der hebt ab, der hat keine Probleme. Gut. Dann schafft man das auch mal eben so von Neokron zum Dom in 10 Minuten. Ich glaub dann kaufe ich den. Da ist denn hier Rigi Styx. Ui. Leitflug. Und zack. Adrenalin. 50% von der Panzerung ist weg. Oh wait. Der Rino bewegt sich. Wenn ich das jetzt hingehen mache, dass das Ding nur noch Schrott. Ne, doch nicht. Er hat Gnade walten lassen. So, was machen wir als nächster? Hauberbomber. Der Albtraum. Der Blank Albtraum. Hauberbomber. Der Albtraum. Der Albtraum. Hauberbomber. 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 Das Hauberbomber. 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 So. Spawn. Jetzt bin ich gespannt. Wo ist er? Oh guck mal, Zuschauer haben wir jetzt auch schon da. Ach du scheiße. Ne, das Ding passt da drauf. Man nannte ihn Bomber und ich stecke als Bomber ein. Jawoll, jetzt ein paar Bomben. Das wär das geilste ever. Man beachtet die Bomben. Hast du welche? Du musst nur nach unten gucken. Ich seh nichts. Gar nichts. Oh doch jetzt. Wow. Früher in Obfight sowas gerne benutzt, um irgendwelche UGs dich zu Bomben. Das ist geil. Aber es gilt ja heutzutage als uncool. Du hast ja letzte Woche einen schönen Event verpasst am Samstagabend. Da haben die ein Event gemacht und musste ein Spion getötet werden, der Richtung Military Base läuft. Und wer ihn killt und dabei mithilfe, kriegt eine Waffe oder irgendwas geschenkt. War schon gar nicht so uninteressant. Jetzt lege ich hier noch mal ein bisschen rum. So. Das ist geil das Ding. So hoppa bumm. Tschö tschö. Da wollen wir auf jeden Fall noch mal eine extra Runde machen. Gut. Dann spielen wir dann vielleicht mal ein bisschen Good Morning Neocon oder so. Was hiermit natürlich auch schön ist. Lande. Boah. Boah. Der kam gut. Was hier mit diesen Teilen auch immer schön ist, wenn man dann erstmal über die Hoover Bots und sowas drüber fliegt. Oh, dann fällt es. Problematisch wird es halt nur, wenn man dann so ein bisschen am Himmel anpappt. Ja. Ja. Das kann ich mir durchaus vorstellen. So. Mal die Smith. Und zurück. Pansomi ist noch gut. Aber trotzdem mal reparieren. Nächstes gefährlich. Ich habe noch drei Stück. Okay. Haben wir hier. Haha. 4x4 Chaincraft. Haha. Hehe. Nelson Manz hat gelacht. So. Spawn. Hier hinten. Geil. 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 Ja. Danke dir. Musik. Mit der kleine Bruder. W буд your Striper? Weil du mit Güller waszymiger? War ich gar nicht. Wum, 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 wum. an und wieder angeeckt das ding klingt sich das ist quasi der reveler der zerstörbar ist ja die sind alle zerstörbar aber die halten auf jeden fall ein bisschen mehr aus wie ein gott er ist dann schon ziemlich fies wenn du ppu als fahrer hast und hinten sitzt ein tank drinnen und noch ein zwei mit bei und hacken und müssen weg bleiben da ist der böse kombi war bis vor durch den pfosten gefahren hatten wir früher auch sehr viel spaß mit dieser kombi erstmal leute beim jagen zerlegt ja und dann anschließend die bells weggeheckt ja früher war alles anders früher als das freibier noch sechs markt gekostet hat und die gummi stiefel noch aus holz waren aus holz klingt so nach holland ja clocks eine kleine anspiegelung aber wohnwagen gibt es in neokon nicht schön wäre es noch ja so mobile konstruktionszeit oder sowas ja egal vom einbau von gras mbf mobiles baufahrzeug oder so mess koch auto drogen ja man muss die halt selber herstellen aber mit ja auch nicht schlecht ist so ein bisschen dolly skin oder so oder parathe molix fahrte alles gut da sind wir wieder das war das ansatz erschossen was würde ich jetzt mal sagen es hat auf jeden fall einen schönen lichtblitz gegeben ganz schön geknallt jetzt nicht was das wenn eine stelle wird jetzt das auto wegparken irgendwas explodiert nicht eben noch ein panzer war so weiß nicht oder der ist weggefahren sonst würden hier schrott teile liegen aber hier stand nichts so was haben wir jetzt noch trug carrier das ist alles wie es schön der ist ja den will ich hier gute alte anekdote damals war mit dem clan unterwegs war mit den neuen grs holen was damit trug carrier unterwegs gewesen musste man immer vor der sektor grenze aussteigen weil das gab immer schön fatals das ist das geile dinge denkt ja eigentlich nicht dass der leute aufnehmen kann aber der tut es tatsächlich das ist auch der mit diesem laser oben drauf man das ist nicht sehr diesmal doch nicht 30 millimeter kann das ding fährt aber die 30 millimeter kann das gar nicht schnell ob hier richtig dafür dass dafür dass es eigentlich quasi nur ein ding ist ein apc wenn man so will nicht schlecht vom design her das hübscheste auto eigentlich ja das ist ein geiles ding aber die kurvenlagen ist ein bisschen scheiße fährt sich sehr träge aber immerhin du kannst eine zeit lang damit ein paar leute transportieren bevor das fahrzeug in die luft fliegt schon ein bisschen was aus dem fall wenn man es aus fahrersicht so guckt und sieht das natürlich schön aus diese ganzen kontrollen die dazu eingebaut sind das ist schon geil sein technische hochleistung präsentiert von city administration ja da haben sie irgendwas gebaut das ist gut zum entsenden von truppen geeignet wobei der hopper carrier auch nicht schlecht ist für das entsenden von truppen nur gut dann wenn das problem ist das extrem langsam aber dafür hält er ein bisschen was aus also kannst du mir da auch zur not versuchen zu enttumpen das sollte auch ganz gut gehen ich erinnere mich noch daran wir haben dieses fahrzeug da war ich mit dem alt noch beim ersten neokon rino ballerion mit drin weiß welchen ich meine wahrscheinlich noch und damals bin ich auch mit so einem ding mitgefahren da war ja nur passagier aber ich habe das so genossen das fand ich richtig geil richtig richtig geil ja jetzt muss man noch leute suchen damit überhaupt getragen wird ja die haben sich alle freiwillig gemeldet das man wenige leute benutzen eigentlich noch fahrzeuge habe ich so das gefühl viele leute laufen ein hauptsächlich ja oder dieses unsiegliche venture war benutzen um irgendein gr zu kriegen ja venture war ich weiß nicht was was ich da aufhalten soll ich finde das toll es ist lustig ich liebe venture war du verhaust so viel geld bevor du den richtigen gr gefunden hast das ist schon ein bisschen ätzend und es nimmt auch den spaß raus ich komme aber in der regel aus der mc5 start aus dem mc5 startbereich mit knapp einer millionen credits raus gut ja wow jetzt bin ich platt jetzt bin ich echt sprachlos hier meine konsumenten ihr habt es gehört wenn ihr geld verdienen wollt fragt venus für den anfang später kommt ihr dann zu mir wir müssen noch mehr geld so der ist weg willst du den haben? ich schenke ihn dir oh 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 ja 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 nimm ruhig ham ham kannst du ham geht alles aufs haus juhu so jetzt haben wir noch das letzte next scorpion trike 1v1 das hat die standard geklirft ja ist glaube ich das ding schießt nur raketen das macht nicht das ist jetzt das letzte fahrzeug was wir hatten auf der liste hier hinten hier hinten ah das ist dasselbe wie vorhin quasi dreimal derselbe skin driver und gunner mach ich jetzt mal gunner und du fährst wieder was geht nicht da war jetzt mal halt eine Droge so rein damit so 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 wunderbar munition jo ui oh toll ich schieße jetzt nicht mehr ok jetzt kurz was gucken ob der das noch kann kannst du auch schießen nee ne nee die frontbewerbung hatte ja keine müsste ja doch können boah schade doch nicht achso du meinst ja drüber flitzen ja ja das wäre geil ich habe mir die endgeschwindigkeit nicht für die ist ein bisschen gedrosselt worden das wäre jetzt eine stelle gewesen da kann man könnte man mit dem combat huvelthack drauf fahren und warten bis leute aus dem gr kommen weil man genau reinziehen kann von dort oben aber habe ich habe ich was gewählt kenne ich sie was was wo bin ich was ist los was mache ich in diesem fahrzeug wieso sitze ich hier und fahre ich habe doch niemanden führerschein was was naja den haben sie mir abgenommen das ist halt blöd wenn man auf dem bullenauto auffährt ja ich wollte ja nur einmal kurz gucken ob jemand drinsitzt ja ein reaktionstest kuschelbedürfnis ja ich bin immer so zärtlich auch kaufs auch blech augen liebe ich viel zu schnell die dinge viel zu schnell man kommt viel zu schnell rum hehehehe huuuu 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 wunderbar tadaaa oh fangen wir das fahrzeug auf das beste auto um sich vor zu bewegen willst du es haben? ne ich hab schon kann dir ruhig noch ein paar geben also ach verlos das doch einfach ehrlich? klar mach doch so ne kleine lotterie sollen sich die leute melden und dann wird das ausgelost coole idee dann mach man das mal muss ich mir noch was einfallen lassen wie ich das am besten mache dann müsste ich mal da werde ich da werde ich mit dir nochmal ein date date machen das kriegen wir auf jeden fall hin das wird ein spaß hehehe da werde ich nur den hoverbomber werde ich mal zurück behalten und das andere Ding ah was war ich jetzt? hast du dich jetzt angeschrieben? ich hab gar nichts gemacht ich hab nur gewunken ach so ok tja also ihr seht meine konsumenten es geht wirklich viel zu machen oh hier ist noch ein combat chain craft ist es von mir oder von dir? von dir? das ist meins ah das ist der perfekte tank und der satz der perfekte tank und der satz robust klobig wie ein tank ja langsam das auf jeden fall so meine geliebten konsumenten das war jetzt soweit die die fahr- und flugzeug show ich hoffe es hat euch gefallen und ich hoffe wir sehen uns auch noch beim nächsten mal wieder ich hab noch ein bisschen was in petto für neokronen land und ich denke das wird euch bestimmt auch gefallen also jo verbeuge dich doch nicht so vor mir da muss ich mich erschämen uh es war mal eine ehre mal wieder in einem ATC zu sitzen ja ich hab mich auch gefreut es war auf einmal richtig geil so und jetzt hab ich drug flash aber gut lassen wir das mal es hat mich wirklich gefreut danke Isa und danke dir auch Venus für die moralische Unterstützung und auch dafür dass ein bisschen dein Senf dazugegeben hast und ich bedanke mich auch bei meinen konsumenten die mir bis heute die treue gehalten haben und ich sage mal tschüss und bis zum nächsten mal tschüss tschüss